hey ho meine lieben ich muss mal meinen respekt aussprechen für seven versus wild für die ganzen teilnehmer die fast eine woche lang bloß heidelbeeren in sich reingeschoben haben und aus respekt dafür mache ich mir heute lecker heidelbeer vanille eis shake da drüben in meiner kleinen feinen küche mit meinem heute neu gekauften mixer ich habe sie gesagt ich kaufe noch was ordentliches attacke ich wollte was ordentliches haben was anständiges das habe ich mir heute zugelegt ein rommelsbacher mixer das ergebnis sehr gut naja und wie heißt der mx 1250 edelstahl und den werde ich jetzt schön auspacken schnell noch ausspülen ja leute und dann machen wir unseren shake was brauchen wir dazu die heidelbeeren die blaubeeren dann werde ich heute nur mit ahornsirup süßen und natürlich dann noch das vanille eis und lass dich mal schnell auspacken und dann können wir auch schon weitermachen schöne glaskaraffe oder wie man das hat unten das messer zum rausnehmen zum saubermachen was ich ja bei dem jahr aufsatz form von der bosch nicht machen kann ja gut muss ich noch durchspülen das zeigen hier sogar mit eis krascher funktion etc pp ja und ich würde mal sagen legen wir los werden wir groß ich spüle schnell und dann sehen wir uns wieder oh man ich glaube ich muss jetzt dreimal noch die kamera umstellen die heidelbeeren habe ich durchgespült den ahornsirup hier habe ich das vanilleeis die milch und tja mein glas habe ich da löffel zum probieren und setzen wir den schon mal ein hier aber dazu drehe ich die cam nochmal um so hier vorne ist ein pfeil drauf hier auch und genau in der position einsetzen einmal drehen klick klick arretiert ich mache mir jetzt auch nicht so viel von dem zeug weil eventuell machen wir noch später noch mal eins mit heidelbeeren und banane darum nehme ich hier jetzt mal circa bloß die hälfte dann 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 muss erst mal mixen hätte ich jetzt fast gesagt und behauptet so wie funktioniert das ding jetzt da den muss man glaube ich auch drauf drehen muss man auch drauf drehen den kann man auch eindrehen ein bisschen was von dem ahornsirup hinzu dann schlägt mir hier gleich alles davon so hm 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 Schöne Portion Vanille-Eis Jetzt muss ich wieder gucken, wie das war. Geil! Und schön der Ahornsirup-Geschmack mit drin. Ein bisschen über ein Glas. Prüsterchen! Wer das nicht mit Ahornsirup mag, kann sich das natürlich auch noch mit zuckersüßen oder gar nicht süßen. Aber Leute, tut euch auch mal was Gutes. Macht euch einen schönen Shake und lasst es euch gut gehen. Ich mache das nämlich jetzt auch. Geil! In diesem Sinne wünsche ich euch... Ja, was wünsche ich euch? Na, alles Gute! Bleibt gesund! Wir sehen uns im nächsten Video. Und schau, wie groß es geht. Bis zum nächsten Mal. War halt nur ein schneller Trinkräubli. Mhm. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018